Hallo ihr Lieben, ich bin's eure Fernanda Brandau, heute in Hamburg auf Kampnagel, denn heute findet hier die Best of Rock de Ballet Premiere statt und ich darf nicht nur abends bei der Show dabei sein, nein, ich darf jetzt nämlich Backstage den Tänzern über die Schulter schauen bei ihrer Probe, kommt mal mit. Hallo, guten Abend, hi, nice to meet you, hello, what's up, how are you? Nice to meet you. I know Rock de Ballet has been in Germany for a while, right? Seven years. Seven years and I never made it. I always wanted to go because I love the fusion of the different styles. Everyone's trained in classical ballet because that's the base of the choreography, of my choreography, but they all have other aspects to their training, gymnastics, martial arts, jazz, contemporary, modern. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen hier was sehen, oder? Wir reden jetzt so viel über Tanzen, ich möchte jetzt mal ein paar Moves sehen. Who's there? Did you like it? I loved it. Congratulations, congratulations to you. We want to teach you some of our stuff. Really? Would you like the boys to lift you up? Yeah. Yeah, okay. So that's you, that's going to be you. I have to check. One, two, three, one, three. Five, six, seven. Five, six, seven. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Bang, boom, bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Really? You're a Pro? She's a Pro. Pro. Pro? Yeah. Let's go get a coffee. We'll let them practice. Okay. Nach dieser anstrengenden Probe haben wir es uns auch verdient, einen schönen, leckeren, heißen Kaffee. Ja, sehr, sehr 21. Du kamst mit Rock the Ballet in den USA zu Amerika. Wir wollten einfach etwas verrückt und spannende, und wir haben nie auf der TV in den USA schon nie gelebt. Und es ist so eine große Show. Was hat Heidi gesagt? Oh, Heidi war großartig. Sie liebte uns. Auf unserer ersten Live-Show, sie standen direkt auf und war... Ja, sie war schlappig wie verrückt. Ich habe ein Gift für dich. Ich habe ein Gift für dich. Du hast es? Ja. Okay. Du solltest es auf drei. Okay. 1, 2, 3. Ah, vielen Dank. Das ist schön. Das ist ein Kaffee und ein Jenga-Workout. Schau, wie schön du bist. Wir haben kleine Teile gesehen. Und es ist wirklich gut für dich. Aber für deine Leger. Ich würde am liebsten den ganzen Abend mit ihr reden. Es macht so viel Spaß, so viel Verbindung hier zwischen den beiden Künstlerinnen. Aber ich muss mich jetzt fertig machen für die große Premiere heute Abend. Sie muss noch mal gucken, was die Tänzer hinten machen. Wie weit sie fertig sind mit den Proben. Die Proben waren schon fantastisch heute Nachmittag. Ich kann es kaum erwarten, endlich die ganze Show zu sehen. Mit Licht, mit Kostüm, mit allem drum und dran. Ich bin jetzt auch in Abendgarderobe. Und es geht los. Rock the Ballet. Rock the Ballet. Team Tro fifteen pay. Row Das war Best of Rock the Ballet, eine geile Show für die ganze Familie, kommt vorbei, es lohnt sich. Das war Best of Rock the Ballet.